Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr reinklickt. Meine Aufgabe ist heute eine sehr einfache. Ich stelle euch heute eine Frau vor und deren Handwerk. Das ist Katrin Zahndi. Servus miteinander. Ich freue mich heute riesig, euch Detlef Erhard vorzustellen. Das kreative Genie hinter Double Nuts Entertainment. Wir sind heute hier in der wunderschönen Armin Wolf Baseball Arena. Jetzt habe ich meinen Text vergessen und hier findet am 23. Juli die Sommerlounge 2024 statt. Das ist eine Netzwerkveranstaltung des Stadtmarketings Regensburg und für mich ist es jedes Jahr ein Urlaubstag. Aber zurück zu ihr. Oh mein, unser Nöhr, die Informatik kurz studiert, daheim in ihrem Garten. Da tötet sie kleine arme Nacktschnecken und dann sitzt sie vor ihrem Computer und tötet Adjektive. Katrin, du bist echt ganz schön morbide. Der Job von Katrin ist, sie macht Webseiten. Sie kann unglaublich gut texten. Sie nimmt einen Schuhkarton von Textfragmenten und baut daraus authentische, total auf mich abgesch... Warum kriege ich den Satz nicht auf die Kette? Gibt's doch gar nicht. Am Ende bekommst du eine Webseite, die Charisma hat und die Charakter hat. Und die den Besucher anspricht. Und deswegen ist sie unsere Website Queen. Der Detlef ist ja nicht nur Filmemacher, sondern vor allem auch Geschichtenerzähler. Und diese kleinen, echten Geschichten aus dem Leben, das ist das, was er mit seinen Filmen so klasse erzählt. Mal informativ, mal unterhaltsam, mal lustig oder auch mal ein bisschen rührend oder traurig. Katrin arbeitet unfassbar strukturiert. Ich glaube, die liebt ihre Excel-Sheets. Sie ist fleißig, schnell, sie vergisst nichts. Das Wichtigste ist eigentlich, dass die Zusammenarbeit mit ihr wirklich sehr viel Spaß macht. Was man bei dem Nordi eigentlich gar nicht vermutet. What? Also wenn man an Filmemacher denkt, dann kommen einem ja sofort so ein paar Klischees in den Sinn, oder? Hipster mit übergroßen Brillen, die nicht vor 12 Uhr Mittag aus dem Bett kriechen, stundenlang übers perfekte Licht philosophieren. Detlef ist ganz anders. Der bringt auch so viel Leidenschaft und Hingabe in seine Arbeit mit ein, dass man eigentlich nie das Gefühl hat, er ist gerade bei der Arbeit. Sondern Detlef macht das, was er am allermeisten auf der Welt liebt. Filme. Sonst gehen wir es uns ja richtig gegenseitig, wenn uns keiner sieht. Okay. Und vor allem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die Zusammenarbeit mit Detlef, die macht super viel Spaß. Er ist nämlich immer total entspannt und geduldig. Außer vielleicht beim Zahnarzt. Da verliert sogar so ein Filmemacher manchmal ein kleines bisschen die Nerven. Und wenn du dir jetzt gerade denkst, hey, ich habe da so eine total coole Idee. Aber nee, das geht bestimmt nicht. Er verwandelt auch die verrücktesten Ideen in total coole Videos. Einfach fragen und Detlef zaubert. Wenn ihr die Kathrin oder den lieben Detlef mal live und in Farbe sehen wollt, dann kommt einfach am 23. Juli hier in die Armin-Wolf-Baseball-Arena. Anmeldung vorher nicht vergessen. Und gönnt euch einfach einen wunderschönen Urlaubsabend. Tschüss. Ciao. Ich bin gestorben. Ich bin etwas für Tübeweise.